Liebe Kulturschaffende, liebe Gäste, im Namen der Kulturkommission Zürich Oberland begrüße ich Sie ganz herzlich zur Podiumsdiskussion mit dem Titel «Wie vielfältig ist unsere Kultur?». Schön, dass Sie so zahlreich erschienen. Seit Anfang Juni dieses Jahres arbeitet die Kulturkommission Zürich Oberland in einer neuen Zusammensetzung. Mit dem Sprechenden als Präsidenten, Christa Thomas als Vizepräsidentin und Zuständigkeit für die Umweltkultur. In der Zuständigkeit von Patricia Alder fallen die bildende Kunst, das Museum Chroniken, die Architektur, und die Kulturgerbe. Hans-Peter Mayer ist für die Finanzen verantwortlich. Als Kulturbeauftragter der Stadt Wetziger vertritt Christoph Grosser die Anliegen der Gemeinden und Städte. Christian Zwinke ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, die Leitung Fachkreiskultur und Alternativkultur. Wir suchen als Mitglieder aus dem Kreis der Beschaffenden Kultur. Bitte melden Sie sich bei irgendjemandem vom Vorstand, vor allem bei Miriam Uebrich. Im Vorstand weiter vertreten sind Priskan Passigati von der Fachstelle Kultur von Panten Zürich. Und Miriam Uebrich, ich möchte jetzt gerade erwähnen, als Nachforderin am Hinterring der Norabec. Von der Koordinationsstelle Zürich Oberland Kultur. Im Anschluss an das Podium hat sie gelegenheit, die Architektur zu suchen. Ich schließe mit dem besten Dank an die Organisatoren dieser Architektur und genieße das Wort an Miriam Uebrich. Vielen Dank für die Einheit in den Worten. Auch ich begröße Sie im Namen von Zürich Oberland Kultur ganz herzlich zum heutigen Kulturpodium. Ich erkläre gerne noch etwas kurzes zur Zürich Oberland Kultur. Zürich Oberland Kultur umfasst einen Kernkreis, in dem sie hier Graue Universität sehen. Ebenfalls bezüglich Oberland Kultur sind auch soziale Gemeinden, in denen sie rundherum sehen. Das geht über Linnau, weil sie in Alterschültel beteiligt werden. Wir haben es eben, wo man heute sehen. Alle Gemeinden profitieren von der Kulturförderung in der Region Zürich Oberland. Die weiteren Gemeinden sind beteiligt bei Projekten, sei das Industrielandschaft, Kulturwerke oder auch Architektur. Wieso sind wir auf das Thema der Vielfalt gekommen? Wir sehen hier die Fördergesuche von 2000 Zypter und wir sehen die gesprochene Gälde von 2000 Zypter. Wir sehen auch, wie die Förderung ist von einzelnen Sparten, die Techno- und Sparten nicht aufgeführt. Durch wenige Sachen können die Äger im grossen Teil oder der grossen Teil für uns die Musik und die anderen Bereiche Theater und Bildende Kurs. Wir haben das gleiche Bild gezeigt, dass wir nachgehen, wo wir auch noch nicht die Kanäle bezahlen können. Wir haben mit den letzten Verträdern im Dezember gesprochen. Zürich Oberland Kultur gehört zum Naturnetzwerch. Dabei ist Wirtschaft, Zürich Oberland, Tourismus, Regionalmanagement für Zürich Obergebiete, Regionen, Zürich Oberland, Zürich Oberland, Zürich Oberland, Zürich Oberland, Zürich Oberland, Zürich Oberland, Zürich Oberland. Das ergibt das eine Art Mietzwerch für Synergie, die man für Projekte nutzen kann. Sei das Restaurante, die mit Künstler zusammenarbeiten. Sei das Wirtschaftsunternehmen, die sich sicherlich mit Regionalprodukte identifizieren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt einen kurzen Unbau machen, damit wir mit der Kultur darin starten. Guten Abend, Mieterrand. Mein Name ist Stafi Kielkirch, ich bin Redaktor vom Ressort Bezirk Kiewil. Und nebenan ein freischaffender Musikjournalist, was in Bezug zu der Kultur ist. Ich habe früher das Wochenmagazin extra für das Zürich Oberland gemacht. Die hätten von Ihnen kennen das vielleicht noch. Das war ein Kultur- und Veranstaltungsmagazin für die Region. Wir werden heute Abend über verschiedene Aspekte der regionalen Kultur sprechen. Über die kulturelle Austerung generell im Oberland. Wo sind die Schwergewichte? Es geht auch um kulturelle Förderung. Wo greift der Staat ein? Die Städte, die Gemeinden? Wie funktioniert die Vernetzung der Region? Und wo liegt die Schwergewichte vom kulturellen Schaffen in Zürich Oberland? Wir haben fünf Personen, die miteinander diskutiert. Das ist zu meiner Linken der Martin Reutkauf, Künstler und der Präsident von AKU Buster. Der Thomas Sineichen, er ist schon der Leiter der Musikschule Zürich Oberland. Briska Passigati von der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich. Und Zvetlana Hege von der ZHDK. Sie ist Direktorin des Departement Kunst und Medien und Leiterin des Dossiers Internationales. Und schliesslich noch Christoph Rosset, der Kulturbeauftragte der Stadt Reziken. Die fünf Personen können jetzt kurz ein Felschwürzen sich selber noch vorzustellen, damit sie sich besser in den Blick hören können, was das für Leute sind. Es hat dort ungefähr das Zeitferschen von einer Minute. Sie haben mir versprochen, sie werden sowieso nicht so viel über sich sein. Ich bin der Martin Reutkauf, ich bin einerseits bildender Künstler, ich bin Maler, ich arbeite in Uster. Ich bin in Uster aufgewachsen. Ich lebe aber in Zürich, das heisst ich bin Uster oder unten. Ich bin beides. Ich bin Präsident vom Verein Künstleratelier Uster. Das ist ein Artist in Residence Programm. Das heisst, die Leute aus der ganzen Welt können sich bei uns bewerben und können jeweils für ein halbes Jahr bei uns arbeiten und bei uns ausstellen. Das letzte Jahr habe ich auch große Uster organisiert mit Jan Sterwinski zusammen. Er macht jetzt auch wieder an. Und dann habe ich auch ein wenig Erfahrung mit Uster in der Organisation. Ich bin Thomas Sineich, wie gesagt, ich bin Schulleiter der Musikschule Zürcher Oberland und ich bin am Warschächter Zürcher Oberland. Ich bin ein Rufwassner und arbeite hier in Wetzirken selber. Ich bin aber nicht nur Schulleiter, nur in Anführungszeichen, sondern ich bin Kulturschaffender. Ich bin Diger, Musiker, Kosovist und Leiter von Orchester usw. Und ja, meine Berührungspunkte sind natürlich vielfältiger Art. Also einerseits auch mit der Jugendförderung und andererseits natürlich auch sehr vielfältiges Wirken. Guten Abend miteinander. Wie gesagt, mein Name ist Priuska Pasiati. Ich fange an mit meinem Bezug zum Zürcher Oberland. Meine Grossmutter ist von Bernstein. Da habe ich dann wieder herausgefunden. Das habe ich nicht zu lange lange angewiesen. Ich habe dann den Weg über Winterthur auf Luzern genommen und dann wieder zurück auf Zürich. Jetzt komme ich zum Überzug zu der Kunst und Kultur. Ich habe Kunstgeschichte und Journalistik studiert. Ich habe noch eine Tanzausbildung gemacht. Da bin ich selber produzierend gewesen mit Tanzproduktionen. Mein Bezug zu der Kulturförderung. Da habe ich die Seite gewechselt im Jahr 2006 und bin in die Kulturförderung gekommen. Und beschäftige mich seither auf dem Weg mit der Kultur, was ich sehr bereichernd finde. Seit fünf Jahren bin ich bei der Fachstelle Kultur im Kanton Zürich zuständig für die regionale Kulturförderung. Mein Name ist Delana Heger und ich bin die einzige Nichtschweizerin an diesem Tisch. So wie die Hundenstühle auch zu der Vielfalt dieser Runde hoffentlich. Ich bin als Kinderin der Künstlerin tätig. Ich habe auch viel in der Schweiz ausgestellt und lebe seit eineinhalb Jahren in Zürich, wo ich auch die Aufgabe übernommen habe, die Debattenwenzleitung für Kunst und Medien an der ZHDK zu führen. Meine Aufgabe ist, junge Künstler und Künstlerinnen auf ihre professionellen Laufbahn vorzubereiten. Mein Name ist Christoph Rossen und ich komme aus der Innerschweiz und habe den Westschweizer wurzelt. Ich habe 20 Jahre als freischaffenden Fahrstarter und als Kulturmanager gearbeitet. Ich bin gross und redlich mit einem eigenen Projekt, das ich initiiert habe. Und ich bin anschliessend auf Zürich zum Porellwetzer und habe dort eigentlich Zeit gewechselt als zum Förderern. Und habe dort die vier Jahre als Austauschprogramm mit Russland geleitet. Und bin jetzt gerade so anderthalb Jahre für Kultur im Letzigen zuständig. Vielen Dank. Zum Starten wollen wir ganz kurz über die Definition von Kultur sprechen. Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Der Begriff ist unterstritten. Wir haben früher an der Kulturseite gehandelt. Und es war auch immer sehr unstritten. Was gehört darauf und was nicht? Wo ziehen wir die Grenzen? Das ist wahrscheinlich auch da ein Thema, wo man sich nicht immer einig ist. Wo sehen Sie die Grenzen der Kultur? Ja, vielleicht Sie. Oder wir machen ja auch. Wir reden uns gut an. Du, Priska. Eine zu schlimme Frage. Genau. Schlimme Frage. Schlimme. Ja, das finde ich immer eine ganz gemeine Frage. Ich beantworte es von Berufszwege bei uns. Ziehen wir die Grenzen eng. Es gibt wieder weitere Kulturbegriffe, wo ganz vieles noch dazu gehört. Bei uns in der Fachstelle Kultur ziehen wir die Grenzen eng. Das heisst, wir subsumieren die klassischen Sparten unter dem Kulturbegriff. Man nennt sie sonst auch einfach Künste an sich. Innerhalb einer Künste gibt es ja auch einen Klassifizierungsunterschied. An wann reden wir von Professioneller oder von Amateurkunst? Da ist vielleicht Thomas Sineich noch ein paar Tage. Ja, natürlich ist das ein Thema. Professionell machen kann man es ja immer. Die Frage ist einfach, ob es professionelle Kulturschaffende das ausüben oder nicht. Vielleicht muss man es auch dort definieren. Wir gehen davon aus, dass es professionell abgerichtet wird. Und auch unterrichtet wird. Aber natürlich, unsere Schüler sind schon. Wir sind nur im professionellen Segment tätig. Vielleicht muss man es auch so weit definieren, dass man sagt, ist es etwas, wo man die Professionellität hat damit zu tun, wenn man davon lebt oder auch nicht. Vielleicht mit dem weitesten Sinn auch, oder? Das hat auch einen Aspekt damit. Das heisst aber noch nicht, wenn man nicht davon lebt, dass es nicht professionell sein kann. Das ist überhaupt nicht. Aber die Definition ist für mich extrem schwierig. Aber in der Musik gibt es natürlich extrem grosse Unterschiede in allen anderen. Martin hat mir vorhin gerade gesagt, wir leben können sowieso nicht davon. Du verstehst mich als professioneller Künstler? Ja genau. Wenn mich jetzt fragt, du bist Künstler, okay, was machst du denn? Kannst du davon leben? Das ist immer die erste Frage. Dann habe ich immer das Gefühl, sollen wir jetzt meine Steuererklärung zeigen? Nein. Ich kenne ganz wenige Künstler, die uns schliesslich leben können. Darum Geld und Professionalität. Das ist gerade in der bildenden Kunst. Das hat für mich manchmal schon wenig miteinander zu tun. Das sind zwei verschiedene Sachen. Professionell würde ich so definieren, von der Heragenz, von der Haltung, wie man mit seiner Art umgeht, wie man es präsentiert, in welchem Umfeld man sich bewegt. Also auch die Ernsthaftigkeit und nicht mit der man etwas betreibt. Also mit einem Anspruch, wo man seine eigene Arbeit hat. Du bist jetzt noch als Ausbilderin von höchstwahrscheinlich künftigen professionellen Künstlern. Wo willst du die Grenzen ziehen? Für mich entstehen die Grenzen eigentlich im Kopf. Also ich sage auch immer den Studierenden, für euch gibt es eigentlich im Denken keine Grenzen, aber eben das Verständnis dann vom Publikum auch, wie die Kunst aufgefasste, da entstehen die Grenzen. Und da bin ich auch nicht ausgeschlossen, weil ich bin zum Beispiel Expertin in der bildenden Kunst, aber wenn ich dann zum Beispiel zu zeitgenössischer Musik gehe oder zu zeitgenössischer Literatur, dann habe ich manchmal auch irgendwie gewisse Vorbehalte oder Vorurteile und die muss man natürlich versuchen auch abzubauen in allen anderen Sparten. Und was das Professionelle betrifft, das ist ja auch oft die Frage, die die Studierenden haben, vielleicht nicht im ersten Jahr, da sind die ja noch mit der Arbeit am meisten beschäftigt. Im zweiten, dritten Jahr fangen dann diese Fragen, wie verdiene ich eigentlich dann mein Geld mit der Kunst? Und man muss ihnen auch in eine realistische Darlegung irgendwie vorleben. Also eben was du gesagt hast, die Karriere kann sich ganz unterschiedlich entwickeln, aber heutzutage gibt es auch viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich eben als Künstlerinnen und Künstler einsetzen kann, an welche Möglichkeiten man in Anspruch nehmen kann. Seien es verschiedene Förderungstöpfe oder seien es eben auch Galerien, seien es der Kunstmarkt, der natürlich nicht für alle da ist, aber ich möchte auch noch sagen, also Kultur sichert ja auch irgendwie die demokratischen Werte eines Landes und wenn man sich zum Beispiel nenne, wie Saudi Arabien, die geben ja so viel Geld für Kultur und Kunst im Moment aus, also da werden Riesenmuseen gebaut, auch mit namenhaften Architekten aus der westlichen Welt, aber es ist trotzdem keine Demokratie, also man kann sich Demokratie nicht nur mit Geld kaufen, indem man Kultur einkauft, also die muss vorgelebt werden, die muss gelebt werden, es ist eine Haltung. Herr Christoph, du hast jetzt seit anderthalb Jahren ein bisschen beobachten, wie das im Oberland so stattfindet. Gibt es das eine lebendige Szene, die Kulturszene? Ja, also es ist mich jetzt ein bisschen schwierig, dankbar für das Oberland. Du bist natürlich letztlich verfokussiert. Ja, das habe ich jetzt natürlich zuerst mal vor Ort sehr fest herumgeschaut und recherchiert und die von Bordner Schätze gehoben, die es in Wetzungen auch gibt, die bislang nicht sichtbar gewesen sind. Aber ich würde schon sagen, es ist halt schon, vieles ist nicht auf einer Vibe, sieht man. Und vielleicht kann ich auch noch ein bisschen anknüpfen auf die Letzsprache, wegen dem Kulturbegriff und wegen der Förderlinien, die zieht man natürlich vielleicht im Kanton enger oder auf Bundesebene noch enger, als in einer Gemeinde, von Wetziken oder über das Oberland. Da ist auch sehr wichtig, dass das Kulturleben weiter zum Zusammenleben, zum Gemeinsinn etwas beiträgt. Und ich würde sagen, ja, ich bin überzeugt, dass in meinem Oberland ein grosses Potential vorhanden ist, vor allem auf der räumlichen Ebene, weil gerade der Raum in diesem urbanen Ort die Bedeutung teurer ist. Und je teurer er ist, desto weniger zugänglicher ist er für den Kulturschaffenden. Und darum glaube ich, das Potential in Anführung. Wir haben jetzt gerade diese Woche einen kulturellen, eigentlich einen wichtigen kulturellen Anlass gehabt in Etziken. Die Kulti hat einen kantonalen Preis bekommen, einen Förderpreis. der Regierungsleiterin und der Regierungsleiterin hat gesagt, im Oberland ein kulturelles Leben entwickelt. Du sagst, du bist permanent oder häufig hier im Oberland unterwegs. Kannst du das unterstreichen? Ich sehe nicht alles, was passiert, das ist klar. Mich denke es aber, dass im Oberland vieles passiert, was Kultur anbelangt. Ich kann da vor allem auch mit anderen Regionen den Vergleich ziehen. Ich finde, es hat viele Institutionen oder einige Institutionen, die ein gutes Programm bieten. Viele engagierte Leute, die das unternehmen, den Kraftakt, dass sie Sachen veranstalten auf eigene Fust. Ich finde, auch die Kulturschaffenden vor Ort, die angesiedelt sind, denke ich, da hätte sie sicher recht gehabt. Aber da fragt man vielleicht noch jemanden, der da vor Ort auch so aktiv ist. Ja gut, also breit denke ich schon, dass es ist und sehr vielfältig. Aber ob es in den letzten Jahren noch vielfältiger geworden ist, wüsste ich jetzt nicht, ob es wirklich so ist. Man hat es jetzt ein bisschen sichtbarer gemacht. Und durch das, so ein Anlass zum Beispiel, ist natürlich auch etwas sichtbarer gemacht. Und das nehmen natürlich auch die Kantonsvertreter wahr, glaubischerweise, die sie vielleicht vorhin gesehen haben. Aber, ob jetzt das Vielfalt grösser wurde, ist vielleicht zu bezweifeln. Ich glaube aber auch, was sicher ist, es ziehen natürlich auch Kulturschaffende wieder hin. Und die werden dann auch wieder tätig sein. Und darum sind sie da. das wird für mich passieren auch. Oder passiert auch für mich, denke ich, in den letzten Jahren. Und das bietet sich grosse Chancen, dass es noch vielfältiger wird. Martin hat das gerade das Gegenteil gesagt vorhin im Gespräch. Er hat gesagt, die Kulturschaffende ziehen in die Stadt. Die Sovaland-Finanzen sind ziemlich vernetzt. Sie brauchen mehr Austausch, als Sovaland bieten kann. Oder müsst ihr es wieder zurück? Nein, nein, nein. Aber ich muss es präzise definieren. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wer ist jetzt unter 40? Nein, was ich vorhin gesagt habe, ist, wenn man jung Künstler ist. Die Leute, die es damit zu tun haben, dann ist das Oberland sicher nicht attraktiv. Wenn man jung ist, will man raus. Man will sich verletzen. Man will schauen, wo etwas geht. Das heisst nicht, dass da nichts geht. Aber eben, ich will als jung als junger Künstler auch in Zürich und nachher auch in Holland. Man will etwas anderes sehen. Es ist da doch sehr überschaubar. Man hat es irgendwann, man hat es schnell überblickt. auch mit den Generationen zu tun. Was mir auch wichtig ist, was ich glaube, ist auch passiert, dass man nicht immer nur als Kulturschaft nach dem grossen Zürich schauen muss, sondern dass man selber auch eine eigene Haltung nimmt. Und sagt, ich könnte einfach mal hierher kommen. Das ist eben auch wieder eine Haltungsfrage. Wenn du jetzt auf Ezeko schaust, Christoph, hast du das Gefühl, dass er im Alter hat die Kulturszene. Also, wo man das belegt, wie er sagt, dass die Jungen nicht kommen sind. Das kann man ins Alter sein. Ja. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Aber das ist, ich gebe natürlich noch Martin recht, was er sagt, die Jungen wollen jetzt zum ersten Mal in die grosse Stadt und dort ist halt einfach das Angebot viel grösser. Aber ich finde es schon wichtig, dass eben auch die Jungen hier etwas machen. Aber das muss man Grundvoraussetzungen schaffen, damit das auch passieren kann. Damit es eben auch nicht, ich sage, damit auch Kulturen jener stattfindet, sondern auch noch viel anderes passiert. Und das in einer Vielfalt hinzubringen, wie das in der Stadt ist, das mag ich zu bezweifeln. Aber man kann die Vielfalt sicher ausdehnen. Es hat noch viele Sachen, die im Oberland ja sicher auch aus Ressourcen nicht machbar sind. Sei es jetzt Tanz oder interaktive Medien oder so ein bisschen die neuen, jüngeren Kultursparten und Nischen. Aber zum Zurückkommen, ja, ich finde es ganz wichtig, dass die Oberländer ein bisschen neugieriger sind, ein bisschen selbstbewusster und sich das auch wagen, hier etwas zu machen, damit, ähm, auch mal mit hier hineinkommen und das funktioniert. Ja, da könnte man unterschiedlich sein. Die Stadt ist sehr gut aktiviert, mit einem Festival, wo wir gemacht haben, das in Tuzernland und Städten auch aufs Tanker und das Gedanke gibt es auch. Ja, klar. Du bist permanent mit jungen Künstlern beschäftigt. Was muss für die Stimme, dass sie auf dem Land arbeiten können? Also die Künstlerinnen und Künstler sind so ein bisschen wie die Sportler, Sportlerinnen. Wenn man die Studierenden fragt, wie stellst du dir deine Karriere vor, deine Laufbahn vor, dann ist sie natürlich nicht zuerst mal regional oder national, sondern international. Andererseits gibt es sehr viele Studierende, die immer wieder jetzt auch mit neuen kommen, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, über die viel diskutiert wird und wir versuchen zum Beispiel an der ZHLK jetzt auch ein Programm zu kreieren, wo wir noch Partner suchen, wo man eben regional auch arbeiten kann, wo es eben um die ökologischen, aber eben auch die sozialen Nachhaltigkeiten geht und das ist schon irgendwie etwas, was die jungen Leute auch beschäftigt. Warum muss ich jetzt irgendwie nach Indien fliegen, wenn ich vielleicht auch vor Ort etwas bewegen kann und es geht eben um dieses Community Building, was du jetzt erwähnt hast, also Vernetzung mit auch anderen Generationen. Also ich glaube nicht, dass es nur die Jungen oder nur die Alten gibt, sondern ich finde, wir laden ja oft Gäste für Art Talks, für Künstlergespräche, für Mentorate, die aus allen Generationen kommen, weil ich finde, die Jungen, die können die Vorbilder sein, die zum Beispiel in neuen Medien arbeiten, wo man sieht, da ist jemand 32, hat schon eine super Karriere hinter sich, das läuft sehr gut, aber da ist auch jemand, der vielleicht 10 Jahre oder 20 Jahre gar keine Karriere mehr hatte, aber jetzt wieder halt angefangen hat, irgendwie aktiv zu sein und dass man auch diese Bewegungen in einer Künstlerkarriere irgendwie erlebt und sieht. das ist halt eben, so wie du gesagt hast, also es gibt schon auch Leute, die davon leben können, aber es gibt auch Leute, die andere Wege gewählt haben und dass man diese verschiedenen vielfältigen Wege irgendwie aufzeigt. Aber es ist sicherlich auch eben, das regionale Thema ist nicht so abwegig, auch für die Jungen nicht. Ich kenne, ich habe ja auch viele Studierende oder viele, einige Studierende, wo ich weiß, die haben auf dem Land ein Atelier, weil sie dort einfach grössere Arbeiten machen können, die im skulpturalen Bereich, Bildhauerei-Bereich arbeiten oder großkommatig malen, für die ist natürlich Zürich unmöglich, weil da kann man das so sein. Bezahlbar. Ja, also umbezahlbar. Ja, genau. Im Oberland hat man mit Durst und Rötzen gerade zwei kulturelle Zentren, wie ich behaupte, die kleineren Gemeinden haben zum Teil auch das eigenes kleineres Kulturleben, aber geballt wird es in diesen zwei Zentren. Und die haben sehr unterschiedliche Ausprägungen in innerer Wahrnehmung. Ich sage jetzt mal, in Oster merkt man, dass die staatliche Förderung der Kultur schon eine rechte Geschichte hat. Im Netzwerk ist vieles Underground-Untergrund. Kultur, Kulti selber, was ausgezeichnet wurde, ist in 30 Jahren auf dem Weg. Sie sind jetzt ein bisschen öffentlich verwendet. Aber mich wundert, wieso das so ist. Ich habe Thomas vorher schon mal zu diesem Thema gefragt. Du kannst dort eine These ... Ja gut, also eine These. Ich denke einfach, Uster war schon immer städtischer unterwegs. Oder schon länger. Wetzig ist halt die Chemie, Chemie, oder vielleicht sagen Dörfliche. Der Charakter ist viel länger noch gewesen. Mit den verschiedenen Dorfteilen oder Stadtteilen, die es sind. Und das hat halt, die Geschichte geht auch jetzt noch ein bisschen weiter. Die kann man ja nicht einfach wegdiskutieren. Uster ist schon so lange eine Stadt, die man auch als Stadt wahrnimmt. Auch heute, ich mache mich noch, obwohl ich schon lange zu jetzt gekommen bin, das sage ich immer noch. Und das ist ja eben mir schon bezeichnend für das Ganze. Und das macht natürlich nicht halt bei der Kulturförderung. Irgendwo ist das natürlich immer präsent. Und ich glaube auch, die Vereine sind dafür auch sehr kleinräumiger organisiert von verschiedenen Dorfteilen und wollen sich auch nicht immer so einschätzen. Aber die verschiedenen, wollen sich gar nicht unbedingt vernetzen. Oder haben sich nicht wollen. Das kommt vielleicht jetzt langsam. Aber einfach, das ist ein grosser Faktor, welcher sicher sehr der Stimme. Das ist die Stimme der Innenwahl natürlich total anders. Aber ich kann natürlich noch jetzt sicher größer. Ja, ich kann größer. Wie siehst du das? Ja, ja, es gibt eine sogenannte Kulturbelage, oder? Und ich glaube, seit er findet, also ich sage das jetzt einfach mal so, findet schon bessere Vernetzung miteinander statt, oder? Aber es ist, äh, ich habe gerade letztendlich eine Anfrage bekommen, also einen Ausstellungsraum, oder? Und wo die Künstler zeigen, habe ich ein paar Vorschläge gemacht, und ich habe gesagt, komm jetzt mal da die Art rauchen, oder ganz viele regionale Künstler. Und es heisst ja, sie hätten eben gerne über jemanden aus Uster, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, sie sollten jetzt mal auf den Tellerrand herausschauen. Und das hat sie dann sehr dankend angenommen. Das eröffnet einem ganz noch den Horizont, also dass man auch etwas, dass man über die Stadtgrenzen herausschaut, oder? Also man hat eine Art Usterwirt, wo man als städtische Kultur war, von der Konzertal, und dann ist das Land Kultur. Könnte es sein? Ich glaube eben nicht mehr daran. Also ich glaube, ich finde, für mich gibt es viele wichtigere Kriterien, in der Stadt und Landkultur. Und zwar begib ich mich auch auf Dünn sein, aber aus der Qualität geht, oder? Dann ist es irgendwann egal, wo die Kultur stattfindet, oder? Wenn sie gut ist, dann kann sie auch ein Seegräber sein, oder? Das ist, finde ich, ein wichtiges Kriterium, oder? Das ist, Du kommst vielleicht mit dir, aus der Perspektive der Gesamtsicht. Gibt es ein Gefälle zwischen Stadt und Landkultur in den Köpfen vielleicht haben? Ich habe jetzt gerade gedacht, ich habe mich an eine Diskussion erinnert, wo du das gesagt hast, dieses dünne Wies mit der Qualität. Ich kann mich vielleicht auf das beziehen. Also viele haben wir, wo wir angefangen haben, verstärkt uns der Region zu widmen in der Kulturförderung. Jetzt weiss ich ja, da müssen wir vielleicht andere Kriterien definieren, müssen wir nicht mehr schauen, wie kann man... Nein! Sie gelten genau gleich. Also die Qualität ist aber das Kriterium und das gilt eben, ob es im Wusterseegreben Angriff ihnen irgendwo ist. Weil das... Also... Das geht in meinen Augen gar nicht. Das wäre auch eine Grinschätzung von künstlerischen Arbeit in der Region. Da muss man die genau gleichen Maßstäbe ansetzen. Das ist für mich klar. Aber... Also auf dem her... Ähm... Es fehlen im Sinne der Beurteilung eigentlich jetzt nicht, weil es wird alles nicht angehört. Jetzt muss ich schon fragen, wie wichtig ist der Bezug zu der Region? Also ich habe auch schon von Ausstellungen für Projekte gehört, wo ein Beitrag abgelehnt worden ist, weil es geheiss, also zu wenig Bezug zum Zürich Oberland, oder? Ist das wichtig? Oder... Muss... Ist das zwingend? Oder... Also ein Zug wie in der KUKOZO behandelt worden ist? Ja, gut. Das wissen Sie auch. Also in der KUKOZO ist klar, dass ein Bezug zum Zürich Oberland muss bestehen. Das ist ja so. Ähm... Jetzt grundsätzlich bei uns in der Fachstelle Kultur interessiert es uns sehr, ob ein Projekt oder irgendein kulturelles Vorhaben nur in der Stadt Zürich stattfindet, oder nur in der Stadt Zürich, oder ob es eben auch in die Region rausgeht, weil wir sind ja für den ganzen Kanton zuständig. Und da ist klar, wenn etwas nur zur Aufführung kommt in der Stadt Zürich, dann finden wir es so ein bisschen... Also ist einerseits auch nicht sinnvoll, weil das sind ja alles dann so ein Tag als Fliegen. Man findet es sinnvoll, wenn man ein Kulturprojekt auf die Beine stellt, dass das dann eben auch ein bisschen noturrt, weil sonst macht man z.B. ein Pilaterprojekt und hat drei Aufführungen und dann ist es wieder vorbei. Das ist schade. Also von dem her schauen wir sehr darauf, dass es eben auch wirklich ein bisschen in der Region, wo man geht. in der Region. Also ich zeigte euch gerade schon bei den Fördergeldern. Das ist ein interessantes Thema. Wie wichtig oder sinnvoll ist es überhaupt, wenn ein Staat die Kultur fördert? Weil wer Geld gibt, fängt ja auch an drei Reden. Wie siehst du das, Christoph? der Kulturf? dem anderen noch etwas gerne gesagt. Aber jetzt ist die Frage, wie viel ist es in der Stadt, der ich rede in der Förderung? Ja, das ist unsere Struktur, also Kulturförderung in der Schweiz ist so tot, vom Bund her, vom Kanton in die Gemeinde. Und das macht schon Sinn, dass das so funktioniert mit der Substitualität von Geldern der öffentlichen Hand und andererseits. Und das hat sich eigentlich in den letzten Jahren bewährt. Jetzt vielleicht noch zu sagen, von dem Wort her ist mir schon wichtig. Also ich finde schon wichtig, dass sich die Gemeinde im Oberland auch mit zur Kultur kommen, dass sie eine gewisse professionalisierung auch vorantrieben werden können, sei das über das Netzwerk Oberland oder jetzt von grösseren Ort aus, wie das Buster schon, ich weiss nicht, 15 Jahre hat der Christian, kann man das genau sagen. Aber dort existiert schon professionelle Struktur und das hat sehr wesentlich einen Anteil für die Entwicklung. von der Kultur im jeweiligen Ort. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Ich weiss nicht, vielleicht sprichst du auch auf den Fall von Roland Ross, die wir vor kurzem hatten. Es ist natürlich nicht so, dass wir die Zensur üben. Also jetzt in dem Fall von Roland Ross war das Thema, dass das Gesetz nicht eingehalten wurde. Und da können wir uns stehen, dass wir zwar ausstellen, im Sinne eines gelungenen Kunstwerks, aber es ist dort wirklich unter Akt des Auszeichnungsgangs, die nicht klar war, man kann nicht etwas auszeichnen, das das Gesetz übertragen wird. Das war dort ein Thema. Aber sonst, von einer kulturellen oder künstlerischen Zensur sind wir in der Schweiz meilenweit weg. Die Förderung von Kultur hat das Gefühl, die Musik ist als Kultursparte sehr, sehr stark vertreten im Oberland. Die Bildung und Kunst hingegen hat es schwer. Er hat viele Musiklehrer angestellt, die finden sie in ihren Konzerten ein Geld. Als Musiklehrer verdient er als gelungenen Künstler und er hat noch einen Job. Aber ich möchte jetzt eigentlich meine Frage an Zerklana richten. Warum ist das? Was denkst du? Ist das ein Systemfehler oder warum ist das so? Also ich sehe es auch bei den Stiftungen, die uns zum Beispiel der ZDK Gelder geben. Das sind Gelder, die wir meistens in die klassische Musik gehen. Also wenig ins Theater oder in die bildende Kunst, wobei ich glaube, wir sind sogar noch besser. Also wir können noch mehr spenden oder fördern, als zum Beispiel zeitgenössischen Tanz. Und ich finde, es ist schon sehr wichtig, das Zeitgenössische, das Unbekannte, das was man vielleicht nicht versteht, zu fördern. Weil sonst würden wahnsinnig große Lücken entstehen, wenn man sich darauf verlassen würde, dass man dann nur tote Künstler in Museen sieht. Und wenn man sich die Labels bei den Arbeiten in großen Museen anzieht, wurden die Arbeiten meistens, vom großen meisten erst nach ihrem Tod gekauft. Und wie gesagt, auf das kann man sich ja eben nicht verlassen, weil man muss eben das Junge auch fördern. Das will man ja. Und ich finde, man müsste eigentlich auch schon viel früher beginnen, ich sehe das. Also ich habe auch ein Kind und im Kindergarten haben alle Eltern immer gefragt, ja wird getanzt, wird musiziert, wird gemalt. Das hört dann im Schulalter dann irgendwann mal auf. Da fragen dann die Eltern, ja ist mein Sohn gut in Physik und Mathe und Deutsch, aber nicht mehr Kunst. Und Musik wird plötzlich nicht mehr so relevant. Musik vielleicht noch eher, da schickt man die Kinder dann in die Musikschule, aber Kunstschulen gibt es eigentlich keine. Und für die Kinder, die sich vielleicht, die ein Talent haben oder die sich für diese Sparte interessieren, gibt es eigentlich sehr wenig Angebote. Und ich finde, da fängt diese Lücke schon an. Und das sehen wir dann auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern. Für die Musik melden sich viel mehr Leute natürlich als für die Kinder der Kunst oder für den Musiker Tanz. Thomas Sineichen, das war gerade vor ein paar Jahren ein großes Thema, dass eigentlich die schulische Musikförderung, jetzt spezifisch Musik halt, jetzt eben gefürzt oder das Tanzgeschäft, vielleicht bin ich ganz ehrlich, was es war. Die haben da jetzt auch geboten und das verhindert. Braucht es so etwas auch in der anderen Kunstsparte, um etwas zu erreichen? Wie schätzt es das Sie? Ja, sicher. Also, eben, das Zusammen- miteinander für das Kämpfen ist sicher ein richtiger Faktor. Ich möchte jetzt einfach noch schnell etwas sagen zu der Musik allgemeinen. Warum ist die Musik wahrscheinlich sehr frankengrös? Also, ich meine, fast jeder Anlass fällt halt mit Musik an, irgendeinem Anfang, am Schluss. Das kann man so als schöneres Rahmen brauchen, klar, kann man auch das Bild erstellen oder so. Das ist irgendwie etwas, wo Emotionen weckt, halt über einen anderen Sinn und etwas gehört und so. Und darum hat das sicher aus dem Grund auch ein sehr hoher Stellenwert. Ja, das ist, 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 das ist einfach so. Also, wahrscheinlich, kann niemand, niemals gewusst. Aber man muss schon in der Esko und hört, dass es gut ist oder schlecht, ist eine andere Frage. Aber es ist omnipräsent, oder? Und jetzt wegen der Musik, die halt wollen, hätte sie gestrichen werden. Es ist natürlich immer, als man gesetzlich verankert ist, kann man im Prinzip in Frage stellen. Und dass man das schafft, dass so etwas dann halt, so eine Stelle, die es überkommt, dass es auch irgendwo von der Gesellschaft so weit geht, dass man sagt, das muss man machen, das ist für mich nicht willkürlich irgendwo. Das ist schwierig, aber für das muss man sich vernetzen. Und ich glaube, bei den Musikern ist das ein bisschen einfacher, weil sie meistens, oder häufig zusammen in Kultur ausübt. Häufig, ich sage, es gibt ganz viele andere Fälle, selbstverständlich, aber häufig macht man es zusammen. Und das ist sicher ein Vorteil. Und du sagst, das ist genau dann wiederum nach der Bildung der Kunst. Du bist Einzelkämpfer. Ja, es liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Also, dass man Zähne musiziert, dass man Zähne etwas macht, aber ich bin jahrelang im Atelier. Also, die Künstler sind per se, also agieren oftmals mehr als Einzeltäter, oder? Und es ist, ich habe jetzt erst mal die Wurst statt Produktion im Vordergrund, nicht gerade Präsentation, oder? Und dass man als Künstler seine Funktionen wechselt und Veranstalter wird, oder Organisator, das passiert in den wenigsten Fällen. Was soll man so machen, dass man sich besser vernetzen kann als bierende Künstler? Ja. 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 Ja, das braucht Initiativen, wie beispielsweise jetzt hier irgendwie hier. Also, das Wetzig ist auch offensichtlich, als ich hier angefangen habe, das Grund, ich weiss nicht, das Konzept der Kultur der ältere Musik ist, und mittlerweile haben wir ja eine Orientierung in einem Leitbild, und das Leitbild zeigt Vielfalt. Und es ist hier im Prinzip meine Aufgabe, für die Vielfalt zu sorgen. Ohne dass wir Musiker gurgeln und drehen, wenn sie plötzlich weniger bekommen. Und andere sparten vielleicht ein bisschen mehr, damit ein bisschen das Gleiche nicht durch die Vielfalt kommt. Und es ist eine Aufgabe von einer Kulturabteilung in einer Gemeinde oder einer Kommission, vielleicht in einer kleineren Gemeinde, da zu wirken und zu helfen und zu vernetzen. Und das ist jetzt im Letziken mit der bildenden Kunst am Anfang genommen. Und ich hoffe, dass sich das entwickelt und dass das auch auf andere Sparten abfärben kann. Also da jetzt schon eine Umverteilung der Gelder geben. Ist das jetzt schon verrückt? Nein, er ist noch nicht verrückt. Aber es ist natürlich so, dass es einem schon gelungen ist, jetzt andere Sparten, wie jetzt zum Beispiel das Theater, und die Kunst ein bisschen zu entwickeln und vorwärts zu bringen. Und das ist tatsächlich so, dass jetzt heute noch 50% von Sandkuchen an die Musik geht. Aber das ist nicht zu Lasten von der Musik, von anderen Projekten. Aber das ist eigentlich eine gute Entwicklung hin zu Vielfalt. Und das kann man schon ein bisschen steuern. Das ist schon so. Und die Frage ist ja auch, also in der Summe, was gibt es denn wie viele? Jetzt da in Letziken oder sonst generell, Musik gibt es halt auch sehr viele. Also wird es ja auch mehr Gelder, also wird es wahrscheinlich am meisten Gelder einfordern? Gibt es, oder ist die bildende Kunstszene genauso groß wie die Musikszene als deine Enzyte? Also wenn ich da eigentlich von Anna Halboare habe, habe ich unbildende Künstler gekannt, bis ich mich ein bisschen auf die Zocken gemacht habe und auf die Leute zugegeben habe, mit denen geredet habe und mich eingeladen habe und dann ausgetauscht habe. Und das ist natürlich schon immer mehr sichtbar geworden. Und das ist in jedem Fall etwas so gewesen. Und ja, man hat sich ja alle zusammengetan und den richtigen Mann gegeben. Und das ist nicht irgendwie gegeben, das Veranstalten zu organisieren. Und da haben sich jetzt bei der Arturabviert so verwürdiggestellt, die das können, natürlich auch in anderen Sparten, ist das natürlich auch ein Ziel, die zusammenzubringen und sich zu vermetzen. Und auch die Räumlichachse zu verstärken, beispielsweise. Das ist eine ganz grundlegende Geschichte. Wie ist das Rumangebot? Also das Rumangebot in Wetziken ist nicht so super. Das sind viele private, private Initiativen, die das Rumangebot zu einem grossen Teil bieten. Und beide wollen sicher sicher für die Zukunft. Und da haben die Leute schon einen Anhaltbedarf. Und das ist entscheidend für die Netzwerke. Also folgerst du eine Stadtgalerie oder so? Ja. Also ich bin, ich bin ein fahrendes. Es besteht ein Freiband. Und wir haben Massnahmen für vier Jahre. Und auch die Räumlichachse bestanden. Und auch bei der nächsten Zeit. Um das Ziel zu erreichen. Sintlano, wie schätzt du das, wie wichtig sind Angebote von Gemeinden, Städten, die Künstler fördern und auch die Möglichkeit zur Ausstellung zu geben? Ja, wir gehen ja da jetzt auch Kooperationen ein, also wir hatten zum Beispiel ein Projekt nicht im Oberland, aber in Safienthal oder jetzt zum Beispiel mit vier unterschiedlichen Skiregionen, also von Warks bis Arosa-Lenzenheide, wo wir eingeladen worden sind, angesprochen worden sind von verschiedenen Organisationen, zum Beispiel von einer Non-Profit-Organisation, die sich mit Klimaschutz beschäftigt, einfach Projekte mit den Studierenden zu entwickeln und dieses Forschende, dieses etwas Prozesshaftes zu entwickeln, gemeinsam mit einem Partner, der nicht aus der Kunst ist auch etwas, was viele interessiert und wo man vielleicht Jungen noch so heranbringen muss, eben auch zu sagen, das sind keine bösen Leute, die etwas Kommerzielles oder etwas von euch wollen, sondern das sind auch Leute, die möchten eure Ideen erfahren, die möchten etwas lernen, also dieses Shared Knowledge ist ja auch irgendwie so ein großes Thema. Wir lernen ja auch von den Jungen mittlerweile sehr viel, also vor allem im digitalen Bereich und das ist ja auch ein großes Thema jetzt auch in der Schweiz, Digitalisierung, Digitalität, wo wir sehen, also diese Jugendlichen, die Digital Natives, die Post-Internet-Generation, die ganz anderen Alltag haben, als wir jetzt als Beispiel, zum Beispiel, wir haben gerade sehr junge Leute für die Administration eingestellt und bei dem Bewerbungsgespräch habe ich dann gefragt, wie haben sie von uns erfahren, kennen sie Leute an der ZHDK und der junge Mann hat gesagt, ja, ich saß im Zug und habe auf Instagram, ich habe es von der ZHDK gesehen und dann habe ich diese Stellenausschreibung gefunden und das sind natürlich ganz andere Kanäle, als die, die wir üblicherweise kennen. Und eben diese Kooperationen mit externen Partnern auch im Umland sind sehr interessant für uns, weil sie eben nicht weit weg sind und wir haben auch einige Studierende aus dem Oberland, die ich erfahren habe, ich habe ja heute gesagt, so, in der Luzierwirtschaft, also es sind sicherlich auch junge Leute aus dieser Umgebung bei uns, die an der ZHDK studieren, die dann eventuell wieder zurückgehen, weil sie eben die Möglichkeiten haben, die viel besser sind, als jetzt in der Stadt, ein Atelier anzumieten oder eben gleich eine Gemeinschaft zu gründen, die dann zusammen in wie ein Artist Run Space eröffnet oder dann verschiedene Initiativen zusammen macht und sich vernetzt. Danke, ich möchte noch auf ein anderes Phänomen eingehen, das das Orland ein bisschen auszeichnet, vielleicht aber auch andere Regionen, das wir nicht beurteilen, man hat die vielen, auch kleine Gemeinden, kleine Kulturkommissionen, die ihr eigenes Ding machen, alle zwei Monate vielleicht einen Anlass, man hat in der Stadt jetzt keine Nuster, grössere Sachen, grössere Sachen, grössere Angebote, bessere Angebote, wie beurteilen ist, dass er da Regionalisierung nötig ist? Also grundsätzlich bin ich wahnsinnig froh, wie eine Kulturkommission, die irgendwo aktiv ist, ich sehe das ja ziemlich gross im Überblick über den Kanton, ich habe viele von den Gemeinden gesucht, die auch bei mir über den Tisch gehen, und man sieht jetzt sofort, dort wo die Kulturkommissionen am Werk sind, hat die Kultur per se in der Gemeinde einen besseren Stand, und das finde ich toll, dass es sehr viel ehrenamtliche Arbeit ist, die dort auch geleistet wird, und das ist sehr wichtig. Noch viel besser ist es, wenn die Gemeinde in der Verwaltung drin Kulturbeauftragte oder im Kulturbeauftragten hat, weil dann hat natürlich die Kultur in der Verwaltung, in der Politik drin noch viel stärkere Stimmen, das ist eigentlich noch viel besser. Ob jetzt das in jeder Gemeinde so sein muss, oder ob sich auch Gemeinden zusammenschliessen, also das heisst auch nicht, dass es jetzt eine ganze Region muss sein, wie das Oberland oder das Knonau-Rand, sondern das könnten ja einfach mehrere Gemeinden miteinander sein, und Kulturbeauftragten kostet ja Geld, das ist auch ein Faktor, aber ich glaube, der Gegenwert, den man dafür bekommt, ist grandios. Also ich sehe nur schon, was jetzt alles passiert, und wenn Sie können. Also Sexkurs, man könnte ja auch sagen, es sind mehrere Gemeinden, wo sich das zusammen teilen, der Kommission, die tatkräftig ist, die in einem Raum, der nicht mehr vorhanden ist, davon veranstalten, das muss nicht jede Gemeinde für sich haben. Also Regionalisierung, Gemeindesgrenzen überschritten in der Zusammenarbeit, das ist eigentlich etwas sehr wertvolles. Wenn Sie Kust als Zusammenarbeit, der sagt, dass Sie keine Möderstellung zu jetzt kennen, warum eigentlich. Ich fahre ab und zu durch, wenn ich verhabe, dass wir uns auch hierher kommen. Aber wir haben ja nicht noch ein grosses Potenzial, also zum Beispiel ich frage, dich zu richten, wenn wir die grossen Städte zusammenbringen würden, kulturell. Unbedingt, ja. Eben wie gesagt, ich kenne 20 ganz wenig. Also gibt es keinen Kontakt praktisch? Mir persönlich wenig. Musik eben, ich glaube, das ist auch nicht so wahnsinnig, oder? Musst du auch Teilmusik schon? Ja, das stimmt. Also wir pflegen das schon. Also wir pflegen das mit. Wir sind in der Musikschule mindestens. Also wir haben Zürcher Oberland, Region Zürcher Oberland, sagen wir, ob es geht dann aber noch weiter bis auf Glata und Efertigen. Das ist dann auch noch dabei. Aber ich denke, es muss ja nicht mehr um die grossen Städte, oder die Städte zusammen sein, sondern es geht um die kleinrömigen, also die kleinen Gemeinden, die halt müssen, vielleicht auch irgendwie über den Tellerrand schauen. Also, oder auch bereit sein, mit den Größeren zusammenzuarbeiten. Und die Größeren aber dann mit der Anspruch haben, dass alles nur da stattfindet, sondern dass es halt auch nicht rausgeht, oder? Und so, also so verstehe ich das, dass wir so müssten noch mehr miteinander zusammenarbeiten, dass man einfach eine kleine Gemeinde kann ja nicht ein Kulturbeauftragter haben. Hat jetzt wenig Mittel, zum grossen Sachen machen, dann kann man zwei Anlässen oder vier, vielleicht sind es vier im Jahr machen. Macht vielleicht mehr Sinn, wenn man das ein bisschen ausweiten würde und dann eigentlich ein bisschen etwas, nicht nur Größeres zu Stand haben, sondern dass alle Teil haben können, also sie können ja schon, aber es wird dann so ein bisschen wie abgeschottet. Gegeneinander. Das finde ich nicht eine gute Gemeinde. Ist das eine Aufforderung, dass er sich sozusagen zum Regionalgruppen auffordern kann? Sehr entwickelnd. Du machst das auch so. Das ist doch nicht das Thema. Nein, das Vernetzung ist natürlich schon so, vom Ganzen. Ich glaube, da hat die Züroberlandkultur auch einen Auftrag, sich um das zu kümmern und die kleineren und grösseren Gemeinden und Städte zusammenzubringen. Ich glaube, heute hat es einfach jeder Gemeinde ein bisschen andere Grundlagen. Aber wenn man möchte, die Vielfalt verbessern und Adaktivität, oder die Kultur im Oberland stärken, dann müssen wir im Oberland gerade zusammenheben und eben auch im infrastrukturellen Bereich, im grünlichen Bereich, unter Umständen auch so mit gewisser Kompetenzzentren, das ist vielleicht ein blöds Wort, aber ich bin selber gleich wieder so, sich gleich zusammenschliessen und etwas schaffen, wo eine einzelne Gemeinde im Alleingang nicht in der Lage ist. Und in den zukünftigen Überlegungen von Räumen und von Anlässen und Projekten muss man sich, finde ich, ist es gut, dass man in der Kopf daran denkt. Und dann greift das schon fest zu viel Fall bei, dass auch, ja, es wird auch so ein bisschen Antisziplinen, die vielleicht jetzt im Oberland nicht so präsent sind, wie im urbanen Raum, eben Tanzen und andere Geschichten oder Theater, dann wäre ich noch mehr und wäre es auch noch ein bisschen spannender und für die Bewohner hier, für die Leute, die da sind. Ich möchte an dieser Stelle die offene Diskussion hier abbrechen und noch eine Möglichkeit zu Fragen geben. Ja, guten Tag. Mein Name ist Reto Fritzi in einem Bus hier in Metziker. Sie haben eigentlich keine Fragen, sondern eine Bemerkung. Sie haben gesagt, Kultur sichtbar machen und haben zum Ausdruck gebraucht, was da für eine Unterwahrung gekommen ist. Besetzung auf der Bühne entspricht genau unserer Kulturlandschaft. Zudem, als Zusammensetzung, kann ich Ihnen gratulieren. Sie vertrennen einen breiten Spektren von einem differenzierten Kulturleben. Und die Zürcher-Jungen-Länder gehört da, als Gesprächsteilnehmer, teilzunehmen. Dass Sie eigentlich erhöht, das finde ich sehr positiv. Aber Ihre Funktion als Moderator dezementiert die Tatsache, dass der Zürcher-Jungen-Länder kein Teilplayer von dem Kulturleben ist und somit kann die regionale Zeitung nicht Stellung nehmen zur Stellung, wo sie in unserem Kulturleben nicht reinnimmt oder unkündigen ordnimmt oder verweigert. Ich hätte mir eine neue moderne Moderation gewünscht und Sie als ein Teilplayer, als Vertreter der Medien hier im Oberland, an der Seite, als vis-à-vis und vielleicht auch als Kontrahentbeurteilung zur Kultur. Das ist so in der Zerbensetzung ein Mittelfall. Dass Sie sich auch nicht um Kultur verdient machen und den Respekt von den Armen zu verdienen, ist für mich aus dem Rock. Aber mit der Rolle von der Medien sich wieder hier in der Religion ist jetzt schwierig, wenn man sieht, dass man ein Rechum von auswärts kriegt, wo man erwebt, dass man, weil viele Sachen gar nicht kommentiert werden, keine Unverkälte hat und auf Rückfragen irgendetwas vorzuweisen, was stattgefunden hat, dass ich nicht nur in Musik habe, sondern natürlich auch. Und das ist etwas, das viele betroffen macht, nicht nur mich, sondern auch andere Abwesen mit Europa. Wir haben die qualifizierte Erbrichtsstadt vielleicht früher noch anders gehabt. Es gibt heute vielleicht auch andere Möglichkeiten, wenn wir das verletzen oder aufgleisen. Aber früher, bis vor wenigen Jahren, haben wir Kulturschaffende uns entschuldigt, wenn auch gewissen alles keine Erbärmung stattfand. in den Medien. Heute können wir das eigentlich nicht mehr. Wir wissen gar nicht, wie wir auf das reagieren nach so vielen Jahren. Die Kultur braucht das Interesse. Die Kultur braucht die Mut. Nicht nur vom Publikumsinteresse, sondern von Sponsoren oder vom öffentlichen Amt. Die Kultur braucht auch die Medien als Pakt zum Dialog und zur Kritik. Und unsere Kultur hier im Orland hat die Durftigkeit von manchmal, nicht immer, aber manchmal medialen Interessen nicht verdient. Und auch ins Mitleid von denen, von anderen Bezirken, die denken, ihr können machen, was ihr wollen, ihr könnt nichts überweisen, was eigentlich bei euch anstattfunden hat. In Zürcher Oberländer macht in dem Sinn ein bisschen auch Kulturpolitik, mit Sponsoren für alles, was wir hier veranstalten, die sind gleich interessant, weil auch medialen Interessen zum Teil massiv fällt. Ich würde mir wünschen, dass Kulturgespräche mit den Medien stattfinden, mit den Medien als Teilnehmer der ganzen Kulturleben und ich würde gerne auch ihre Stellungnahme erwarten, zur Bedeutung, die sie den Medien der Medien im Kulturleben geben. Und ich hoffe, dass sie zu der Oberländer in Zukunft auch auf Podium in diesem Land als Teilnehmer, als Mitlehrer von Kulturnehmern und er nicht degradiert wird für die Moderation. Das ist etwas, was mir da gefällt und das macht mich alle betroffen. Unsere Region und alles Kulturgeschichte bei uns hat der publizistische Service verbietet, wo man anderen Orten in dem Land eine Selbstverständlichkeit zählt. Kultur sichtbar machen wäre eine wunderbare Aufgabe. Danke. Danke. Das wäre ja als Fragenrunde gemeint, ich nehme es gerne entgegen, aber ich bin ja zuständig für das Kulturkonzept von Zürich-Oerländer. Darum kann ich auch keine Stellung nehmen. Ich weiss an Gerich von Salbo, ich habe vor mehr als 15 Jahren einen Kulturverein gegründet, damit man überhaupt Unterstützung bekommen kann. Wir betreiben auch das Meerespartenhaus und mir ist eben eine grosse Frage, ich bin sehr vermengst in Wünsica, ich bin auch schon eine alte Frau. Und der Unterschied zwischen einem schaffenden Künstler, weil das Maler und Bildhauer sind oder auch Musiker und Veranstalter, das ist eine ganz wesentliche Sache und das wird einfach immer in einen Topf geschmissen. Die, die veranstalten, das sind nicht Künstler, das sind Organisatoren, aber die bringen die Leute auf die Bühne und das ist ein Punkt, der einfach meiner Meinung noch zu wenig berücksichtigt wird, dass da einfach grosse Unterschiede bestehen. Ich gebe gerne noch eine Rückmeldung dazu. Da haben Sie recht, man hat heute Abend vor allem von der Kulturschaffenden geredet, das ist klar, aber die Unterscheidung wird natürlich schon gemacht, dass wir in der Fachstelle haben verschiedene Kategorien von Beiträgen, zum Beispiel Betriebsbeiträge, die genau veranstalten, die gehen und Projekte oder Produktionsbeiträge, die auch Kultur und Schaffende gehen. Also ich nehme an, das ist bei euch ähnlich, oder? Ihr habt ja auch Leistungskontrakte, oder? Also von dem her wird auf das sicher geglaubt. Bei uns ist es sogar so, dass wir sagen, so viel Budget ist für Betriebsbeiträge und so viel Budget ist für Kulturproduktion an sich. Mein Name ist Charlie Böhler, ich arbeite schon einige Jahre, also etwa 40 Jahre als Künstler, lebe von dem. Und meine Frage, was mir auffällt, das ist bei mir auch Deckungsgericht mit der Medien, sie sind recht angewesend, aber ich denke, wenn wir kein Inserat machen, wenn wir heute ganz gross sind, oder auch der Veranstalter, den Veranstalter, das nicht kann, dann wird halt einfach nichts schlimmer, das läuft meistens so. Ich frage mich, da haben wir jetzt gerade ein Kispelchen von uns, Arthur, und ich würde jetzt mal unternehmen, was die Kantonale Veranstalterung da haben können beitragen, bei dem Anlass, ist da überhaupt etwas gekommen, oder nicht, das wäre mal etwas ganz konkret, was ich von Ihnen gehört habe. Das kann ich auch gerne beantworten, der Kanton hat 20'000 Franken an die Veranstalterung gesprochen. Mein Name ist Margarita Böhler, ich bin zwar Pafri, aber ich sage ganz etwas anderes, wir kommen von Döstal, und ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass zum Beispiel der Kulturverein Wila aufgelöst wird, weil sich niemand mehr melden kann. All die freiwilligen Arbeite, also in der Landschaft, wir reden jetzt immer nur von Uster und Wetziken, aber da gibt es Döstal, mit ganz vielen Leuten, die ganz viele Sachen machen, aber das ist so viel freiwilligen Arbeit, dass man nicht einmal mehr Leute findet, die sich zur Verfügung stellen. das merkt ihr vielleicht gar nicht ohne die Reine, Und das hat mich sehr betroffen gemacht, muss ich sagen. Doch, das merken wir natürlich sehr fest, dass eben das Ehrenamtliche Arbeiten bei der jüngeren Generation überhaupt nicht hoch im Kurs steht, man ist nicht mehr bereit, gratis zu arbeiten, und das spüren wir, wenn sie zum Beispiel die Kommissionen auflösen, oder wenn vor allem bei den Veranstaltenden plötzlich niemand mehr da ist, der gratis arbeiten möchte. das ist auch der Grund, warum wir in den letzten fünf Jahren Betriebsbeiträge an kleinere Veranstalter zu sprechen, weil wir genau gemerkt haben, dass es dort ein existenzielles Problem gibt, wenn die Leute nicht mehr gratis in dem Ehrenamt sich engagieren, sondern wenn die, die nachrücken, plötzlich entlöhnt werden müssen. Das ist für viele Veranstaltende ein grosses Problem. das sehen wir genauso, wie sie machen. Das ist natürlich seit den 80er Jahren für die freiwillige Arbeit, und es ist nicht so, dass man das nicht sieht und nicht mitbekommt. Wir versuchen dann natürlich auch Wertschätzung entgegenzubringen, und wir werden sicher auch von Seiten von der Stadt jetzt witzig können, bin ich vielleicht nicht die Richtige, die das Hauskunft geben, aber die Wertschätzung muss natürlich von der Gemeinde kommen, und ich glaube, das sind dann Bestrebungen im Gang von Seiten dieser Seite. Ich möchte nur noch kurz etwas zu den Medien sagen. Also, ich finde es auch sehr wichtig, dass Kultur im Oberland eine höchere Stelle wäre in den Medien, und ich glaube, dann müssen wir uns auch wieder hier erarbeiten, und für den Kämpfen, und ich denke, das kann die neue Oberländer in Zukunft sein, das können aber auch andere neue Medien sein, die uns helfen, das, was die Menschen für die Kultur leisten, eigentlich auch zu zeigen, öffentlich zu machen, und rüberzubringen. Das ist ganz wichtig, damit das Publikum auch wachsen kann und die Menschen das mitbekommen. Das ist auch eine Aufgabe von uns allen geben, für das zu ordnen und zu bewiesen haben. Herzlichen Dank. Sehr schwarzen Dank an dich. In den Augen machst du sehr viel, Christoph. Dass jetzt ein Boden da ist, im Bezug, da steckst du dahinter, wahrscheinlich. zufrieden. Ich weiß es zu einfach. Die eine ist so, die Smitteres jemanden, also ein junger, der zum Profi wird. Wenn er einen neuer Zettel angeht, der professionell tief zur Seite steht, einer, der immer so ruhig ist, verhofft, wahrscheinlich die meisten da inne, und dann der Übergang zum Profi wird und dann erzählt, dass er erkannt wird. Und der Übergang, ich habe immer das Gefühl, dass der Junge, also ich bin auch nie vorgefühlen, ich habe auch nicht einen stillen, was wir wollen. Das war das erste Zeit, also der Support für die Jungen zum nach Profi werden, das ist ein Witz gegeben. Und da habe ich merken, dass ich nicht einmal weiss, wie das geht, da bin ich jetzt geworden. Es war ein anderes Gefühl. Und ich merke, die Produktion fertig beschimpulisiert, aber weiss, was nicht funktioniert. Und dann in Fals aber komme ich vielleicht die Art rüber und weiss, die sehr froh, was er ist und sagen, ob das gut ist. Das ist komisch. Und einfach diese Situationen sind für die Wirung fast sehr, sehr schwierig. Und dann, wenn du einen Vokal mit bist und dann der Restaurant bei dir sagst, hey, guck, ich denke, das wollen wir machen, du möchtest uns eintreten zu ihr holst, dann kannst du mal die Plätze ziehen, dann kannst du Warnieren zahlen. Und ich habe, wenn man einen Proben dazurecht, dann bist du neins. Also, das kann man machen. Und wenn alles, was stattfinden kann, durch überhaupt Kultur fertig, ist das ja auch schon sehr schlecht. Also theoretisch müssen Lokalitäten erschaffen, und das dann gewünscht wieder zufrieden bestellen, oder? Echt anders. Jetzt meine Frage, oi, wo könnte das passieren? Wir könnten natürlich etwas unterstützen, so einen Wunscherf, weil wir uns Christen zählen. Du zählst nur Spielschaften, Mönchenten, damit man da noch kommen kann, und dann kann man das präsentieren. Und wenn Köschel und Tüten so gehört sind, dann sehe ich schwarz. Oder einfach die Analyse, denn jetzt ist es sehr schwierig, und viele Menschen schaffen zu. Ja, also ich kann meine Kinder auch nicht voll ein bisschen Künstler werden, oder? Das ist mal das Erste. Es ist, wie du sagst, nicht einfach eine Veranstaltung, oder eine Laufbahn zu planen, oder? Ich glaube, beziehungsweise Laufbahn wäre eher das Lepano, die Richtung, wo die Frage könnte beantworten. Und ich kann es vielleicht ein wenig aus der Sicht von Vereinen und von Initiativen sagen, da finde ich natürlich schon den Raum zentral, und eine Anlaufstelle, Beratung und Support, eben, sei das auch im finanziellen Bereich, oder im infrastrukturellen Bereich, oder im technischen Bereich, der muss ein wenig da sein, und es braucht eine Anlaufstelle. Das ist klar, dass das in ein kleiner Gemeinde ein wenig schwieriger ist, aber auch dort lässt sich das organisieren und arbeiten. Und das ist eigentlich die Voraussetzung. Und natürlich braucht es Geduld, und vielleicht braucht es halt den Brotshot, nebentrat, um an das Ziel zu kommen, nebst der Künstlerlaufbahn. Für mich kann ich gar nicht dazu sagen. Und solche Initiativen, das sind ja schlussendlich nicht. Man kann in einem Kuhstall, einen Tanzboden innen ziehen, oder in einem gewissen Kommunikgebäude, oder in einem Infrastrie-Raum oder so, aber das braucht immer wahnsinnig viel Vernetzung, wahnsinnig viel Aufwand und wahnsinnig viele Initiativen. Und das ist vielfach schwierig. Und dazu erfahne ich, dass solche Initiativen gerade in kleinen Einden sind, die ein relativ kleines Kulturbudget haben. Wenn junge Leute, die eine Initiative haben, eine Idee haben, die vielleicht nicht so gross ist, und zu der Gemeinde geht, kommen dann entweder bei jemandem vom Amt, oder mit einer Gemeinderätin, oder bei der Kulturkommission an. Und dann heisst es meistens, ja, wir haben zu wenig Budget, wir machen unsere eigenen Projekte, das die Kulturkommission selber vorstaltet. Und dann hat der Kanton die Subsidiarität, dass sie ja, dass sie auf dem Kanton, wenn jemand für das Projekt etwas überkommt, der Kanton das natürlich in der Frage auch mit unterstützt. Wenn man aber das Geld von der Gemeinde gar nicht überkommt, ist das noch schwierig. Und das müssen, das haben ganz wenige. Also ich finde, dass immer wieder weitere Leute, die solche Initiativen haben, und da von der Gemeinde her, und von der Kulturkommission her, mir das selten informiert. Gerade bei kleinen Gemeinden, oder Kulturkommission, und da ist die Frage, wisset ihr das überhaupt? Und ich finde, die wissen, dass eigentlich weitergehen müssen, auch in der Gemeinderat hinein, allenfalls das Geld, auch wenn es, manchmal nur um 1'000 Euro geht, oder um den Kantonen, um 1'000 Euro, kann das für das Projekt, je nachdem, sehr viel sein. und wie kommuniziert ihr, das jetzt ich als ich, Christa, mit den Gemeinden, oder mit den Gemeindenräten, oder mit den Kommissionen, dass das mehr möglich würde? Also bei uns als Fachsteller bin vor allem ich mit den Gemeinden direkt in Kontakt, also mit denen, die in der Gemeinde für die Kultur zuständig sind. Sei es eine Gemeindeschreiberin oder das Präsidium. Und da rede ich mit Ihnen schon darüber, was gibt es für Möglichkeiten und wie kann man zusammenarbeiten? Die Schwierigkeit ist natürlich auch, ich kann schlecht dann die Leute so anfangen zu drängeln. Das würde dann auch ganz schlecht ankommen. Aber es ist natürlich schon so, dass ich mit Gewissen darüber reden muss, vor allem wenn es um Häuser geht, das wäre ein spannendes Haus und ist es möglich, dass ihr von den Gemeinden etwas daran herangegeben, weil dann wäre es für uns auch möglich, dass wir einsteigen. Solche Gespräche führe ich schon. Es ist natürlich so, dass bei diesen, ich weiß nicht aktuell, 166 Gemeinden, ich kann die nicht alle durch telefonieren, aber es ist durchaus so, dass ich immer wieder in Gesprächen mit den Leuten und sie aufmerksam machen auf unsere Fördergefäße. Aber auch wenn wir etwas Neues entwickeln, dass ich das mit ihnen anschauen. noch eine Bemerkung zum Subsidiaritätsprinzip, es ist nicht so, dass wir dann gleich viel geben. Es ist, je nach finanziellen Möglichkeiten, wenn jetzt eine Gemeinde wirklich nur 500 Franken geben kann, dann ist es nicht so, dass es von uns auch nur 500 Franken gibt, sondern das sind wir dem, also 500 Franken geben, wenn wir glauben, dass es gar nie ist. Es fährt dann weiter oben an. Es muss doch die Gemeinde haben, wo sie auf das Konferenz gehen, etwas ab und hoch. Genau, also das möchte man schon, dass die Gemeinde sich als Standort bekennt dazu und sich auch engagiert. Das finde ich wichtig, auch für die Leute. Also es ist auch eine Anerkennung, die vor Ort passieren muss. Das finde ich schon wichtig. Also ich bin Lobbyist, ich bin übrigens in der Kunst von Politik und vom Zuschauen und ich möchte etwas sagen, zu der präwidrigen Arbeit, und zwar glaube ich auch, dass das ein Erkenntnis ist von einer Politik, oder von einer Gesellschaftspolitik komplett ist, die sich Neoliberalismus nennt, welches irgendwo sehr möglich geschätzt wird, wo auch eine Solidarität für ihre Augen gekommen ist. Verschiedene Leider, Ski-Ansolante, 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 und das ist ein Teil davon. Man kann nicht erwarten, dass die Kräger in der Arbeit einfach gleich weiter funktioniert, wenn sonst die Gesellschaft gerne umgeht. Das andere, das habe ich unterdessen nicht bekommen, das habe ich unterdessen nicht bekommen. Also Räume, Platz, die Wetzige Wallhofstraße ist gestrotzt von einem Räumen. Also es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass die Politik sich da auch engagieren und versuchen, die Räume hier auch reinzunehmen und weiterzugeben, etwas zu machen mit dem Raum, der verbanden ist. Raum hat es ohne Ende, er wird einfach nicht gebraucht. Und vielleicht müssen wir damit als neoliberaler Ladenbesitzer und Immobilienbesitzer vielleicht auch anfangen, so zu reden, dass sie verstehen, was es braucht. Und das dritte ist, das wäre eine Frage, ist, Jacqueline Fee hat es auch gesagt, politisch, Kulturgelder und so weiter, das steht einiges an. Man ist in einer Abbauphase, man will eigentlich abbauen, im Moment hat man eine Zwischenlösung mit dem Lotteriefonds. Und meine Frage ist, wo ist die Zukunft? Wo geht es in die Zukunft? Also wir reden jetzt von einem Eisszustand, der möglicherweise in zwei Jahren gar nicht mehr verhalten ist. Genau, Kulturfinanzierung ist im Moment ein grosses Thema bei uns. Es ist nicht so, dass wir am Abbau sind, sondern wir sind im Moment plafoniert. Also wir haben bis 2021 einfach die Mittel zugesichert, die wir haben. Und der grosse Schritt war, dass wir einen grossen Teil von unserem Budget in den Lotteriefonds verschoben haben. Und jetzt geht es ja darum, dass wir ab 2022 die Kulturgelder weiter tragen können. Also wir möchten gerne die Mittel sichern, die wir haben. Und natürlich auch entsprechend die Bedürfnisse auszubauen. Wir haben einen Nachholbedarf. Also wir spüren, dass auch in dieser Phase, in der es plafoniert ist, wir haben eine wahnsinnig zueinander gesucht, begleicht bleibende Mittel. Das ist eine unbequeme Situation. Darum sind wir sehr darum bemüht und auch Prokultur unterstützt uns so darin, dass wir ab 2022 mehr Mittel zur Verfügung haben, um all den Bedürfnissen, die an uns herantragt werden können, gerecht werden. Das ist jetzt so, vom politischen Ablauf her. Bis 2021 haben wir die Gelder noch. Und dann wissen wir nicht, wie es weitergeht. Das ist so. Jacqueline Vier zeigt das auch jedes Mal sehr gerne auf. Es ist natürlich abhängig von der Politik. Also die Politik. Wir sind davon abhängig, mit welchen Mitteln die Politik ausstatten, das Bild ist. Und das heisst jetzt auch in den nächsten Wahlen im Frühling, wo es stattfindet, kulturaffine Politikerinnen und Politiker in allen Gremien sind natürlich auch grosse Unterstützung. Also das ist ein Miteinander in unserer Demokratie, wo wir alle darauf angewiesen sind, dass wir das Ziel vor Augen haben und das so versuchen umzusetzen. Ich habe jetzt von Subsidiarität gesprochen. Also wie geht das? Wenn ein Künstler oder ein Veranstalter etwas von der Stadt bekommt und es dann ein Kanton, ein Teil, also ein Teilbetrag dann auch gibt, geht der Betrag an den Veranstalter, an den Künstler oder geht der an die Gemeinde? Also wer hat jetzt in dem Fall das Gesuche gestellt, den Sie hier schildern? Ja. Also wenn der Veranstalter das Gesuche stellt, dann geht der Beitrag an den Veranstalter. Danke vielmals, das stelle ich jetzt nicht der Fall. Also beim Kanton oder in welchem Fall meinen Sie? Wir sind ein Kulturveranstalter, der sehr verankert hier steht, im Ünzigen. Wir sind jahrelang von der Stadt unterstützt worden, wir haben uns für das auch bedankt, wir haben uns auch vermutlich bekommen. Wir haben dann im Kanton auch noch einen Teil bekommen und der ist uns in den letzten zwei Jahren abgesprochen worden. Die Unterstützung vom Kanton bräuchte an die Stadt, damit die Stadt uns unterstützen könnte. So wäre das der Kanton. So ist das uns mitteilt worden. Und ich stelle in aller Öffentlichkeit die Frage die Frage, weil ich möchte, dass das alle hören, wie das jetzt wirklich ist. Es geht nicht nur um unseren Vereinsbot, wir ums Prinzip. Wie ist das? Ich glaube, ich weiss, was für ein Förderinstrument Sie ansprechen. Sie meinen nicht Betriebsbeiträge und Projektförderung, sondern Sie meinen Kulturprogramme und Gemeinden. Wo es so ist, dass die Gemeinde bei uns einreicht und wir den Gemeinden einen Beitrag geben, wo die Gemeinde ihren Beitrag den Veranstaltenden oder die Projekte so sprechen kann. Ich glaube, Sie meinen so einen Fall? Das ist möglich. Und dann ist das aber eigentlich ein Gutdünken von der Gemeinde überlegen, ob man das bekommt oder nicht. Nein, nein. Doch. Man könnte das sonst gerne noch ein Antrag erklären. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, da liegt die Die Suche ist vom Kulturplatz an den Kanton gegangen. Das war ja so. Noch eine Frage für den Vorschlag. Mein Name ist von der Frau Archimace. Ich bin aus dem Eisbereich, wo wir die Datei haben. Ich bin im Bereich Veranstalter, Kunst, das ist nicht so, dass ich Qualitätsausbruch bin. erfüllen, was ich gesagt habe. Zwei Fragen. Der Kulturkommissar hat ja irgendeine Agenda, in der all die Anweser, all die Events und Konzerte, was auch immer ist, auch eingetragen sind. Das war ein Konflikt. Ich bin schon zwei, drei Mal mit Konflikten, dass ich am gleichen Tag meine Konzerte-Kapelle runde kam, wo ganz in der Nähe auch irgendeine Tiste und kennen, wobei das gewissen kann. Dann, noch eine kleine Anregung, weil ich die Grüße, der vom Oberland ist. Für uns, die auf privaten Basis Veranstaltungen machen, ist es eigentlich wichtig, dass die Vorderveranstaltung etwas gezeigt wird, damit die Vorderveranstaltung auch besucht wird. Es läuft sich für nichts, dann nachher ein Brief kommt, die Kapelle sei voll gewesen, und es sei ein schönes Konzert gewesen. Das nächste Konzert ist noch die erste Glibier-Möhrer. Und ich habe die Veranstalter, die alle finanziell mit, dadurch, dass sie auch das ins Errat machen können. Und ich weiss, wenn man es ins Errat macht, dann kommt man noch immer rein, mit der Fröser. Ich befreie aber auch, dass die Region nicht voll gefüllt werden kann, im Zentrum Veranstaltungen und dass sie auch dort in der Schweiz sortieren. Und wir haben es nötig, dass wir etwas zeigen, oder wir sind auch wichtig. Ich kann zu Wenn viel Krass sagen, wir tendieren eher zu Vorschau- Veranstaltungen als Berichterstattungen, weil es den Lesern mehr nützen und den Veranstalter in diesem Fall. Wir schicken gewisse Dinge für Berichterstattungen, aber diese Dinge sind häufig am gleichen Tag oder am gleichen Wochenende und wie Sie sagen, können die ganze Zeit nicht Veranstaltungen führen. Vielleicht noch zu den Daten. Wir können die Daten überdenken, wenn es eine Organisation oder ein Veranstalter seine Veranstaltung melden, damit sie die Kultureränder aufschalten. Wir schalten sie nicht auf, wir haben die Daten sonst nicht, wir können sie auch nicht weitergeben. Aber man kann uns über die Kultureränder schauen, meistens ist es wahrscheinlich schon eine Möglichkeit, Aber das ist auf jeden Fall vielleicht gerade noch zu entdecken, das ist eine Möglichkeit, die Kosten und die Veranstalter auch noch zu haben zu können und sie bei uns kostenlos zu erreichen. Haben Sie noch etwas Wichtiges gehabt, als in einem Unterstieg zu gehen? Von wie aus können wir das noch anhängen? Früher ist es an mich als Fraufrau erlebt, wenn es 2.000 Banken gibt, gibt es die Antone 1.000 lange Zeit und dann habe ich mit dem Blitz vorgesprochen, dann hat es erklärt und jetzt läuft das, das war fast noch besser. Also man muss ein bisschen insistieren, ich finde, vom Katonus ist nicht sehr gut bekannt gemacht worden, Veranstaltungen. das ist ja nicht kritisch, aber wenn man sie verlieren, dann geht es. Also ich denke, ihr habt alle Fragen gehört aus dem Publikum, Stellungnahmen und so weiter, wenn ihr viele Themen abdeckt. Ich danke euch vielmals für's teilnehmen auf dem Podium, wünsche euch noch ein angenehmer Apéro. zum Tag 2.4 8 kreischen um uns mit 4 beteiligen ein er Zuerst noch ganz herzlichen Dank der Stadt Rezeko, die fleißigere Hilfe hat, der Organisation und die Gahre. Und ganz herzlichen Dank der Allgemeinen, der Boden und auch bei Tafik Rezeko für die Nutratien.